UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Ich präsentiere euch... ...Herr Kudes! Iphiklis! Meine Mutter hat sie einst meinem Vater zum Abschied geschenkt. Ich möchte, dass du sie trägst. Der Frieden zwischen unseren Häusern wird besiegelt, wenn mein Sohn Iphiklis die Prinzessin von Kreta zur Frau nimmt. Ganz gleich, wohin wir fliehen. Wir müssen ihnen entkommen. Dir scheint die getroffene Abmachung Schwierigkeiten zu bereiten. Schon morgen segelst du nach Ägypten. Ich wünsche dir endlose Sieger auf dem Schlachtfeld, Bruder. Denn wenn du zurückkehrst, dann werde ich dich töten. Es ist dein Schicksal. Dass du weniger Liebe erfährst, als du dir vorstellen kannst. Schon morgen ist Hercules bloß noch Vergangenheit. Ich kann es nicht ertragen. Ich weiß, was dich ankündigt. Nein, das wisst ihr nicht. Ich gehe dir nicht auf, bis ich zu der Prinzessin zurückgekehrt bin. Heute Nacht kämpfen wir um unseren Leben! Du willst diesen Menschen Rettung versprechen? Und kannst nicht einmal dich selbst retten. Wo ist deine Stärke jetzt, Halbgott? Hercules, du bist der Sohn des Zolls. Huldige deinem Vater. Und dir werden Kräfte zuteilt, die du dir niemals hättest vorstellen können. Hercules stroieren Sieger. Du bist der Sohn des Zolls. Ja, herrie. Du kannst dich informiert. Du bist der Sohn des Zolls. Du bist der Sohn des Zolls. Ich bin ha.: Vielen Dank.